Hi Leute, in diesem Video vergleichen wir die 9 besten Heißluftfritteusen. Getestet und bewertet durch die ehrlichsten Kritiker. Den Kunden selbst. Aufgeteilt haben wir die Fritteusen in 3 Preisklassen. 1. Günstige Heißluftfritteusen bis 100 Euro 2. Gute Heißluftfritteusen zwischen 100 und 200 Euro 3. Hochwertige Heißluftfritteusen über 200 Euro Bevor es losgeht, möchte ich kurz auf die Vorteile der Airfryer eingehen. Fettreduziertes und gesundes Essen. Es wird kein Frittierfett verwendet, wodurch die Speisen wesentlich gesünder sind. Vielfältige Anwendung Viele Heißluftfritteusen haben eine Vielfalt an Funktionen, die deiner Kreativität keine Grenzen setzen. Schneller und stromsparend Das Vorheizen fällt bei den Airfryern weg, wodurch dein Essen schneller fertig ist und du Geld sparst. Der Geschmack bleibt erhalten. Ohne den Zusatz von Ölen und Fetten bleibt der natürliche Geschmack der Speisen erhalten. Vitamine und wichtige Fettsäuren bleiben erhalten. Tests zeigen, dass durch die Zubereitung über eine Heißluftfritteuse wesentlich mehr Vitamine und Fettsäuren erhalten bleiben, im Gegensatz zu ursprünglichen Methoden. Nach dem Intro starten wir mit der ersten Kategorie. Die Details und Eigenschaften der vorgestellten Heißluftfritteusen zeige ich dir gleich in Vergleichstabellen. Viel Spaß! Günstige Heißluftfritteusen unter 100 Euro Nummer 1 ist die XL Heißluftfritteuse von Princes. Das schreiben zufriedene Kunden. Das Gerät selbst sieht hochwertig aus. Hat den ersten Test gut bestanden. Die Fritteuse ist echt XL, also richtig viel Platz zum Beispiel für Pommes und Nuggets. Toll! Frittieren ohne Fett. Wir haben mit Erfolg auch Brötchen drin aufgebacken, Fisch gebraten und Frikadellen gemacht. Von dem Ergebnis waren wir begeistert. Diese Nachteile wurden genannt. Einige Heißluftfritteusen wurden defekt geliefert und einige hatten äußerliche Schäden. Das Fazit. Die insgesamt über 250 5-Sterne-Bewertungen auf Amazon sprechen für sich. Bis auf wenige Ausnahmen sind die Kunden begeistert, was sie für den Preis bekommen. Nummer 2 ist die Heißluftfritteuse XXXL Touch von BALTA. Das sind seine genannten Vorteile. Preisleistung ist unschlagbar gut für diese enorme Größe. Sie ist robust und stabil, wirkt wertig und haltbar. Die Ergebnisse sind bislang fettarm und gut. Handhabung leicht, Reinigung leicht, Optik edel. Wir sind absolut begeistert. Für uns steht fest, der Kauf hat sich jetzt schon mehr als gelohnt und wir würden sie jederzeit wiederholen. Folgendes gefiel nicht. Wenige beschwerten sich, dass die Frittierzeit für Pommes sehr lange dauert. Das Fazit. Auch bei der BALTA Heißluftfritteuse sind die Kunden überwiegend sehr zufrieden mit ihrem Kauf. Nummer 3 ist die WITTER Heißluftfritteuse von Klarstein. Die Vorteile. Sie hat bereits über 250 5-Sterne-Bewertungen auf Amazon. Für den Preis tolles Gerät. Habe bis jetzt alles ohne Öl zubereitet und es war alles knackig und lecker. Sehr gute Heißluftfritteuse. Durch das Sichtfenster hat man jederzeit Kontakt mit dem Gargut. Die Bedienung und Handhabung ist einfach und problemlos. Zubehör, wie ein Käfig für Pommes etc. sind serienmäßig dabei. Die Ausstattung ist sehr gut. Das gefiel nicht. Einige Geräte gingen nach kürzester Zeit defekt und mussten ausgetauscht werden. Außerdem bildete sich teilweise Rost am Gitterrost. Das Fazit. Größtenteils sind die Kunden sehr zufrieden mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis. Hier siehst du die Vergleichstabelle mit Details. Da die Preise sich täglich ändern können, findest du immer die aktuellen Preise und auch Preisvergleiche verschiedener Shops auf unserer Webseite. Gute Heißluftfritteusen zwischen 100 und 200 Euro. Nummer 1 ist die ActiFry 2 in 1 Heißluftfritteuse von Tefal. Das schrieben zufriedene Kunden. Ich habe zum Testen Bratwurst, Chicken Wings, Steak und natürlich Pommes gemacht. Alles war perfekt. Gekommen, um zu bleiben. Kurzum, ich finde die Heißluftfritteuse spitze. Sie ist sehr leicht zu reinigen. Es gibt vielseitige Anwendungsmöglichkeiten und hat einen guten Geschmack bei wenig Fett. Die Nachteile Die meisten negativen Bewertungen beziehen sich auf die Lautstärke des Gerätes. Außerdem wurden einige Geräte beschädigt geliefert und einige gingen kurz nach Ablauf der Garantie defekt. Das Fazit Über 650 5-Sterne-Bewertungen auf Amazon sagen einiges aus. Die Kunden sind super glücklich mit der Heißluftfritteuse von Tefal. Nummer 2 ist von DeLonghi, der Multi-Fry-Extra-Chef. Bei ihm gefällt den Kunden folgendes. Alle Heißluftfritteusen, die ich bislang im Test hatte, haben aus rohen Kartoffeln gute Fritten abgeliefert. Aber die DeLonghi hat das noch übertroffen und exzellente Fritten produziert. Wir haben keinen anderen Artikel gefunden, der so perfekt ist. Ob Vielseitigkeit, Fassungsvermögen oder Qualität. Es passt alles. Die Heißluftfritteuse ist mein neues Lieblingsgerät in der Küche. Folgendes gefiel nicht. Bemängelt wurde die Reinigung. Diese sei mit viel Aufwand verbunden. Außerdem waren einige unzufrieden mit den langen Garzeiten und dem Endergebnis der Pommes. Das Fazit Auch bei diesem Gerät sind die Kunden größtenteils begeistert von den etlichen Funktionen der Heißluftfritteuse. Ein Blick lohnt sich. Nummer 3 ist die digitale Heißluftfritteuse von Gourmet Max. Das schrieben glückliche Kunden. Durch Zufall den Airfryer von Gourmet Max auf Amazon entdeckt und bin sehr zufrieden. Preis und Volumen sind super. Ein perfekter Ersatz für einen Mini-Ofen. Kann alles was man braucht. Es ist ein 9 in 1 Alleskönner zum Schnäppchenpreis. Dieses Gerät ersetzt einen Ofen und Herd komplett. Sogar toasten kann man damit super. Die Nachteile. Wenige hatten Probleme mit Materialfehlern nach dem Auspacken. Das Fazit Die Kunden sind insgesamt begeistert von dem Multitalent. Für jeden interessant, der auf viele Küchengeräte verzichten möchte. Auch hier bekommst du natürlich die Vergleichstabelle. Pausiere gerne das Video, wenn du sie in Ruhe vergleichen möchtest. Hochwertige Heißluftfritteusen über 200 Euro. Nummer 1 Der Philips Airfryer XXL Das sind seine genannten Vorteile. Die Heißluftfritteuse wurde bereits erfolgreich mit Chicken Wings, Brötchen, Hähnchen und Fleischspießen getestet. Das Teil ist ein Muss für jeden Haushalt. Wir sind restlos begeistert. Tolle Produktqualität. Total easy in der Anwendung und Reinigung. Die Reinigung ist sehr leicht, da alle Teile in die Spülmaschine können. Die Nachteile Die einzigen Mängel beziehen sich auf beschädigt oder defekt gelieferte Geräte, die ausgetauscht werden mussten. Das Fazit Die Kunden sind begeistert. Gerade auch für große Familien ist die optimal geeignet. Nummer 2 ist der Power Airfryer Multifunction Deluxe von Mediashop. Folgendes gefiel den Kunden. Hähnchen? Super. Pommes? Nicht trocken. Apfelstrudel? Super für 2-4 Personen. Ich, Single, mache alles mit diesem Gerät. Alles super. Nur schade, dass man keine Ersatzteile dazu kaufen kann, wie extra Grillspieße. Die Nachteile Lediglich ein Kunde empfand den Preis für zu hoch. Das Fazit Es ist ein sehr vielseitiges Gerät mit vielen Funktionen, das den Kunden sehr gut gefällt. Die letzte Heißluftfritteuse ist der Philips Airfryer Turbostar. Der kleine Bruder des eben vorgestellten Airfryer XXL. Die Vorteile Sie hat über 90 Fünf-Sterne-Bewertungen auf Amazon. Zufriedene Kunden schrieben, sehr gute Alternative zu Backofen und Fritteuse. Kompakt, leistungsstark, lecker. Der Airfryer ist die erste Fritteuse in meinem Haushalt. Anfangs war ich skeptisch, mittlerweile aber bin ich sehr begeistert. Die Gerichte, Pommes, Hähnchen, gelingen knusprig, frisch und saftig. Und das ohne Fettzusatz. Die Zubereitung schneller als im Ofen. Ohne Vorheizen, was in der Summe Strom und Zeit spart. Die Nachteile Einige Geräte gingen nach kürzerer Zeit defekt. Außerdem beschwerten sich Kunden über zu lange Herstellungszeiten der Speisen. Das Fazit Insgesamt sind die Kunden sehr glücklich mit der Heißluft-Ritteuse. Super geeignet für Single-Haushalte, Ferienwohnungen und Urlaube. Hier ist die letzte Vergleichstabelle. Die aktuellen Preise und Preisvergleiche verschiedener Shops findest du auf unserer Webseite. Schau dafür in die Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn ich dir einen guten Überblick verschaffen konnte, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Ich wünsche dir viel Spaß mit deiner neuen Heißluft-Ritteuse. Wenn du keine Videos mit den besten Produkten für Haus und Garten verpassen willst, ist ein Abo eine gute Idee. Ciao!